Herzlich Willkommen zu einer Nachuntersuchung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich alles um die Lid-OP bzw. Lidstraffung. Und die Patientin sehen wir nach zwei Wochen nach der OP wieder und schauen natürlich, wie die Verheilung der Narbe ist. Und hier sehen wir einmal eine schöne Statistik, denn die häufigste Schönheitsoperation bei Frauen in Deutschland in dem Jahr 2013 bis 2017 ist auch tatsächlich die Lidstraffung. Und warum ist das so? Denn nicht nur ältere Frauen leiden unter einem hängenden Lid, sondern auch jüngere Frauen. Und hier sieht man einmal schön natürlich, es ist narbenlos. Der Facharzt für Plastisch-Ästhetische Chirurgie und die Patientin sind mehr als zufrieden und damit können wir uns auch verabschieden. Bis zum nächsten Mal.